Hallo zusammen, auch wir der Schützenverein Berghausen 1905 e.V. wollen nun unsere Aufgabe der Cold Water Challenge hinter uns bringen. Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Verleburger Schützenverein für die Nominierung. Da wir leider kein Schwimmbad mit beheiztem Wasser haben, müssen wir auf unser etwas größeres Naturbad, die Eder, ausweichen. Halt, die Gestatten, richtet euch, rechts um, zum Einmarsch auf den Ederfestplatz im Gleichschritt, Marsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bein, ab! Bein, lüts, up! Bein, zum Bier trinken und zum Feiern an den Ederfestplatz weggetreten! So, ich hoffe, euch hat unser Schützenfest der anderen Art gefallen. Damit aber die Cold Water Challenge nicht ins Stocken gerät, nominieren wir folgende Vereine. Schießverein Telbirgefehl, Sportfreunde Edertal und die Freiwillige Feuerwehr Berghausen. Ihr habt nun 72 Stunden Zeit, die Challenge hinter euch zu bekommen. Wenn ihr das nicht in dem Zeitraum schafft, freuen wir uns über eine Grillparty bei euch. Ach so, bevor ich es noch vergesse, wir Berghäuser möchten den Teilnehmern der Cold Water Challenge vom Schützenverein Berleburg zu einem vernünftigen Fässchen Grombacher Bier in die Grimmelsdell einladen. Der Termin wird noch geklärt. Prost! 1. Wunsch! 2. 4. 4. 5. 10. 10. 11. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020